Ja, wir haben geregelt die Arbeit, wir müssen auf und am Morgen arbeiten gehen und sie haben vielleicht, ich weiss auch nicht, die, die in der anderen Seite, haben nicht die gleiche Arbeit, die Zeit kann wie mehr, oder? Sie lassen sich ja nicht, dass sie mir etwas teuer oder etwas nicht, weil es andere Gesellschaft ist einfach. Einfach ein bisschen komisch. Ja, die tun ein bisschen, ein bisschen haschen, ein bisschen drügelen. Hey, I don't wanna be part of the working man society, I don't wanna be part of the working man society. Ja, da ist jedes Jahr oder so ein Fest, Kraut in der Halt oder so etwas. Es ist halt in der Kraut natürlich, da ist mir ein paar dabei gewesen. Für den Laden ist es gut, das darf also schon sein, das Fest. Sie sehen anders aus, sie sind manchmal anders angelegt, nicht alle, aber wenn man mit ihnen redet, muss man dann merken, dass sie Leute wie alle anderen auch. Und sie stören ja niemanden, sie stören wirklich niemanden. Ein bisschen spinnen oder so, aber eigentlich ein bisschen spinnen muss man manchmal sein. Sie sehen anders aus, sie sind wieder. Malo, hombre y la mujer